Oh, hier ist Reifen. Reifen brauchen wir bestimmt. Äh, ja. Ich glaube, Reifen haben wir vier Stück oder so. Achso, haben wir? Ich glaube schon. Aber nimm's mit, auf jeden Fall. Was lass ich hier? Das hier lass ich hier? Ähm, B? Was ist das? Energie. Steine, steine. Buff-Abstimmung. Einfallsreich, Energie oder chaotischer Rucksack? Ist einfallsreich nicht besser wie Energie? Ich weiß nicht, was Energie bringt. Was bringt Energie? Was war das jetzt? Achso, wir können jetzt vier Minuten lang mehr tragen, aber der Rucksack ist voll. Das ist Energie. Hey, das war jetzt direkt ein Treffer. Ein Schuss, ein Treffer. Perfekt. Ah, jetzt weißt du, was Energie ist. Treffer. Nein. Ich bin so voll schon wieder, das nervt. Energie? Deine Ausdauer-Wiederherstellung ist erhöht. Ah, okay. Äh, chaotischen Rucksack hast du ja eh. Und einfallsreich hilft doch eh nicht. Ne, das stimmt. Da ist schon alles verloren. Hopf und Malz verloren. Ich sammle schon wieder Holz. Du schmeißt irgendwelche Sachen raus. Ja, Lehm und das ganze Zeug. Wie Lehm? Aloe-Creme. Aber die Blätter, die lass ich nicht da. Ja, Lehm kannst du überall schaufeln. Naja, aber was ich nicht schaufeln muss, ne? Auf jeden Fall voll, ja. Leerer Wasserkrug. So was schmeißt du weg? Ja. Dann zerlege ich zu Glas. Das schmeiße ich dann in die Schmelze. Ach, ein halber. Da warst du hier schon drin? Nein, wollte ich ja. Oh, das Auto. Aber dann war ja dann plötzlich dieser Hund da. Cool, cool, cool. Alles gleich zerlegen. Oh, schickes Eigenheim, hm? Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass da jemand ist in dem Schrank. Hm. Was haben wir denn da? Gefütterte Handschuhe brauchst du? Stufe 5? Weiß nicht, lass mal drin. Ich schau mal. Ja, warte. Und Vitamine nehme ich jetzt halt einfach einmal. Och. Ich wollte sagen, ich benutze die jetzt einfach einmal. Und den Rest lasse ich dir drin. So. Da sind gotische Stiefel drin. Die kann man ja nicht. Wenn man die trägt, hat man keine Waffe mehr, glaube ich, oder? Gefütterte Handschuhe. Nee. Oh, ich habe nicht einmal Handschuhe an, sehe ich gerade. Nee, ich habe keine Handschuhe an. Ach so. Dann zieh mal an. Ja. Äh, hups. Jetzt habe ich einen Goldrudentee eingesteckt. Tragen. Oh, hier ist eine Waffentasche. Oh, cool. Ich habe ja Schrottmonizier. Wir haben so viel Schrott. Und haben gar keine Schrottflinde. Ja, ne? Ist doof. Ach, das hast du schon leer gemacht, das Speakerregal. Oje, da kommt wieder was. Vorratsabstimmung. Waffelvorräte, Rüstungsvorräte oder Sprengstoffvorräte? Kann nichts mehr tragen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weil du immer so viel sammelst. Ich aber auch. Also Waffe. Ich glaube, wir müssen mal kurz zum Händler und irgendwie abladen. Ach ja, stimmt. Wir können jetzt ja dann, ne? 5.36 Uhr, Dingsbums. Irgendwie so. Wir brauchen irgendwas, wo wir unser Zeug reinladen. Wo wir wieder's denken können, weißt? Oh nee, nicht schon wieder. Ja, ne Kiste halt am Bauen. Ich hab ja Holz einstecken. Aber wir looten schon jeden Scheiß, ne? Das ist ja immer das Problem. Das, man kann's auch nicht. Ja, es geht nicht. Man will ja das Zeug mitnehmen irgendwie. Aber man will's eigentlich gar nicht. Rahmenform? Na ja, gehen wir zum Händler. Muss ein Händler, aber wo müssen wir überhaupt hin? Aufhören? Ich könnte nicht noch mal aufhören. 300 Meter hinterher was. Was war das? Da war irgendwo eine Kiste hier. Eine Kiste. Ja. Ich krieg aber nix für rein. Oh, ein Schockstab. Ähm, ich auch nicht. Dieses Sturmgewehr. Ich hab' ne Magnum 44 hier zufälligerweise. 31. 45. Ne Megdonger. Aber die gotischen Stiefel kann ich doch wieder rausschmeißen. Oh, was schmeiß ich raus? Papier. Das Zeug hebe ich zum Bauen auf. Der Amide. Hä? Ich nehm' jetzt einfach die Tablette, damit ich das Gewehr damit nehmen kann. Magnum ist eine der besten Waffen im Spiel. Aber ist die nicht zu langsam? Ist zu langsam, ja. Das war cool. Wir müssen zum Händler. Ich krieg' einfach nichts mehr gepackt. Die Waffe hat zwar einen guten Fernkampfschaden, aber... Aber ich denke mal, sobald ich hier ein Maschinengewehr in Stufe 5 oder 6 hab, kannst du die Magnum auch vergessen. Ich denke, als Handfeuerwaffe ist die auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich denke auch besser wie meine Pistole hier. Aber... Warte mal. Das hat nicht für Munition. Wir machen mal schnell was. Brauchst du da nicht speziell die Munition dazu? Warte. Kannst du gleich mal was machen, ja? Zeig dir klar was. 44er Magnum. Zieh die Magnum beim Händler, wenn du das gelevelt hast. Pittchen, Jus, Boeing. Oh Mann, bei uns ist so schwül und es donnert, aber regnen tut's nicht. Ah, 44 Muni. Ja, das dachte ich mir, das kann ich ja nachgucken. Aber die hab ich ja im Grunde so gut wie nicht, hab ich nur sehr wenig, ne? Ja, pass mal auf. Oh, die kann ich doch auch zusammen. Kannst du mal da in den Briefkasten rein gehen, alles rausnehmen und dann den halben Briefkasten wieder voll machen. Mit irgendwas, was du nicht brauchst. Also das, was ich jetzt, ich hab jetzt halt nur mit dem ersten Klickdingsbums. Genau. Ne, die Stoffe kann man doch wegschmeißen. Warum? Na, schmuss weg. Für was brauchst du die? Auf jeden Fall alles raus und einen halben Briefkasten wieder voll machen, weil dann haben wir beide wieder vier Plätze oder fünf. Okay, warte mal. Was tue ich denn rein? Ich tue jetzt mal die Sachen rein, die ich in der obersten Reihe habe. Und die stackbar sind. Genau, und dann stack ich das Limmel und dann haben wir wieder Platz. So, stack mal. Ja, super. Alles raus. Ja, und drei Plätze. Okay, gehen wir zum Ende. Also ich hab jetzt halt keine Ahnung, zehn Plätze oder so. Ja, passt. Ich hab drei, aber wir sind ja gleich beim Ende. Nehmen wir mal zwei, vier, sechs, acht, zwölf Plätze hab ich nur. Das passt. Schauen wir mal, wie die Ding ist. Ich muss bloß die Pistole dann einmal zerlegen, dass ich das auf die Magnum drauf haue. Mal gucken. Du zerlegst ja wieder ein Auto, das kann doch nicht sein. Richtig, Autos sind immer gut. Da braucht man nur einen Stein, das heißt, die kann ich verkaufen. Waren wir hier schon drin? Wo waren wir drin? Ja. Der Baseballschläger braucht ein Reparatur-Kit. Sowas. Ähm, verändern. Achso, da hab ich nur den, die Laser-Zielhilfe hab ich da nur drauf. Die kann ich wahrscheinlich gar nicht da drauf machen. Ach, doch, kann ich sogar. Okay. Hm. Du bist schon beim Händler, oder? Ne, ich bin nur in einem Haus, ne. Nur beim Stockwerk. Ah. Aber ich komm schon wieder raus. Na dann. Ich hab bloß da den Leiter gesehen, da hab ich mir gedacht, da schau ich mal schnell. Vielleicht ist das zufällig gerade am Monster-Loot hier. Ach. Wir müssen aber zum Händler in die Richtung, ja. Da, wo das Ausrufezeichen ist, ne? Genau. Ja. Das sind knappe 200 Meter. Und wir müssen uns ein bisschen Zeit lang, ne? Wann macht der auf? Ich hab doch jeder... Achso, immer wenn man die modifiziert, dann muss man wieder nachladen, ne? Ui. Ähm, die hat, äh, den aber gut weggefetzt, hier. Blutbeutel, immer gut. Bist du jetzt da drin in dem Laden? Haha. Du kannst es nicht lassen mit dem Looten, ne? Oh. Jetzt komm ich da nicht rein. Hallöchen. Ähm, ich guck auch mal mit durch. Schmuddeliges Wasser. Ich sag doch, die Waffe ist gut. Wenn man direkt trifft, dann denk ich ja. Ja. Aber die ist halt langsam, ne? Die ist langsam, ja. Warte mal, gleich nochmal ausprobieren. Nein! Achso. Meine Waffe doch ausprobieren. Ich wollte mein Leben schützen. Ja, ich wollte... Also das Nachladen ist halt wahrscheinlich langsam. Nachladen und... Ach, die sind da oben. Die sind da oben. Ach nee, da ist die Mutti. Wieso, woher hast du geschossen, bitte? Von oben. Ach, du bist da oben. Also anscheinend muss man die tatsächlich mit der Magnum nur einmal treffen. Ja, definitiv. Hm. Wie ich schon gesagt, muss halt treffen, ne? Ja. Volle Konzentration. Scheinend ist es egal, womit die trifft. Fauler Müll. Können wir mal diese Lambeer hier aufheben? Ne. Und hier ist wieder diese Aubergstatt. Danke, Pfiti. Du hast mich ja zerschrocken. Du hörst es ja nicht, Wolfgang, ne? Ne. Die Jumpscare. Ne. Ach, das Vergnügen hab dann ich alleine. Das ist ja auch toll. Oh, da unten ist, äh, guter Schatz. Oh. Ich hab das Geländer getroffen. Autsch. Ups. Ja, das ist, wenn er dann auch noch die Trommel so dreht, weißt du? Ja. Dann braucht's ewig. Er lässt sich voll Zeit, ne? Ja, ja. So ganz easy. Ja, wir machen mal kurz die Patronen rein und dann nochmal die Trommel drehen. Ja. Das ist ja leidig. Ah, hier hinten ist der Mega-Loot. Ja. Achso, du bist da rum. Wo bist denn du jetzt rum? Ich mach halt den richtigen Weg. Ja. Ha, jetzt hat's gerissen. Ja, du musst gleich in die große Kiste auch rein. Mal zerlegen und das andere kannst du... Schrott-Munition ist ja herrlich. Wir dürfen bloß nicht gleichzeitig auf die Kisten hauen, ne? Das passiert, dass wir hier... Die dann nehm ich, die dann nehm ich. Ähm, da verwende ich den einen... ...und den anderen. Und die anderen zwei, die musst du dann verwenden. In dem Karton. Im Karton, achso. Ah, da ist auch cool. Ne Eisen-Dingsbums-Hacke-Spitz. Hey, wir können ein Ding bauen, eine Forge. Oh, oh. Das heißt, nichts Gutes. Oh, die Spitz-Hacke, ne? Ist gut. Ja. So. Gehen wir mal raus, hä? Ja, ich tu noch den... ...ähm, das Zeug, Steine-Zeug sammeln. Das ist guter. Gesundheit. Ah, da gehen ja auch die Tore auf, hä. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Weißt du, was ich tu jetzt einmal schnell abladen hier drin? Ich schmeiß mal alles rein, was man vielleicht doch noch stacken kann. Also ich, ich brauch wirklich ne Brille. Ich hab jetzt halt Dirty Fire Station gelesen. Dabei steht da City Fire Station. Was machst du? Ich schmeiß da alles rein. Warte mal. Die... Das hier brauch ich noch. Jetzt kannst du mal stacken, ja? Gesundheit, Wolfgang, vom CB. Ja. Okay. Schau mal, du kannst da... Wo, 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 wo ist der? Der, der, der hier so blägt. Weil ich hör nix. Ui. Einfach mal stacken und dann... ...wieder zurückschmeißen, was... Genau, ich hab jetzt halt das rausgenommen, was... ...was bei mir reinging. Und ansonsten, ich konnte nichts zurück... ...machen. Aber du kannst ja was anderes rein tun. Ja, aber was? Ja, was halt noch... Warte mal, das da kann ich... ...warte mal, du halt nicht voll bist. Warte mal, du bist noch nicht voll. Ich hab noch zwei, drei Plätze jetzt. Ja, dann schmeiß mal so fünf, sechs Sachen raus und dann... ...irgendwas, ist egal. Ach so, hier. Weil den kann ich... ...das kann ich trinken. Da rülpst irgendwer. Sag mal. Dann hab ich das da gleich weg. Zerlegen. Ich weiß nicht, was ich rüber tun soll. Alles, was deckbar ist, halt einfach. Okay. Macht ja nix was. Ich bin Karre. Stimmt, fangen wir die gleich raus. Du hast ja Reifen auch, ne? Die hast du aufgehoben, ne? Okay. Ähm, Schmerz... Ich weiß nicht, ob du Schmerzmittel oder sowas hast, oder? Tu einfach was rein. Es geht ja bloß um einen Platz. Um einen Platz. Äh, gut. Kannst du. Kannst du, wenn du wolle. Da. Ja, jetzt bin aber ich voll. Du sollst dir nicht voll machen. Du hast gesagt, ich soll zurück tun? Nein, aber nicht alles, bloß so ein Teil. Du hast gesagt, alles, was deckbar ist. Ja, so ein Teil. Ja, eben. Ich hab gedrückt, aber es ging nichts rüber. Also. Und dann hast du gemeint, ich soll dir einfach reintun, was deckbar ist. Dann mach ich nur mal das zum Verkaufen raus. Und das muss man mit heimnehmen wieder rein. So, und das jetzt wieder nehmen. Genau, das ist nämlich dann alles wieder. Na, 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 na. Ja, jetzt wieder rein. So hungrig bin ich auch. Ja, kurz viel voll noch. Und die Knochen kann man auch rausschmeißen. Ja, rein, der hilft's ja. Und dann gehen wir mal zum Händler und mal den Scheiß losbauen, ja. Ja, ich verkaufe eh wieder nichts. Das dauert mir immer eh viel zu lang. Ähm, du musst essen. Jupp, ich weiß schon. Ich seh's da links. Versorgt bin ich auch. Verletzt bin ich auch. Ich könnte mal hier... Wir haben Honig. Achso, na, ich hab schon 13% oder so von daher. Achso, du musst zweimal Honig essen. Ich hab zwei Honig. Lass mal ab zum Händler hier. Schau mal, hier hab ich mal Kisten gehabt. Oh, so ein Zufall. Da haben wir, glaub ich, dann auch das erste Mal die... die Farina beladen, ne? Achso, was nehmen wir jetzt da? Verbesserte Fitting-Mod. Keine Ahnung, ey. Ich würde sagen, beim Bauplan und verkaufen halt den gleich wieder. Ähm, ich hab hier komischerweise... Tagebuch des Jägers Band 5 und den Speerjäger Band 1. Beide, so wie's ausschaut, noch nicht gelernt, weil die Bücher sind noch nicht offen. Okay. Aber da weiß ich wieder nicht, was ich nehmen soll. 10% mehr Schaden an Hirschen. Puh, keine Ahnung. Schließ jetzt das einfach mal ab. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Die Waffe kannst du auch noch haben. Verkaufen. Äh, du hast kein Speer. Nimm Jäger. Äh, Jäger. Ja. Ist ja wurscht. Ich wollte jetzt halt... Ich dachte mir jetzt jetzt Schaden an Hirschen. Das ist mir ja total latte. Was machen wir denn als nächstes? Abholen? Also abholen wäre wieder das nächste. Mit 300 Metern. Machen wir. Oder Zombies. 300 Meter. Machen wir auch. Also machen wir erst einmal abholen wieder. Ich mach dann einfach von oben nach unten und fertig. Äh. Machen wir das da. Kann ich... Hundefutter kann ich essen. Oh, was verdammt galkt mit Götzen und das ist alles. Bauen wir nicht Sand? Bitte, was brauchen wir? Bauen wir einen Sand? Sand? Ja, zum Bauen. Zum Zement machen. Hä? Wollen wir bauen? Ja, dachte ich schon. Irgendwann mal. Okay, dann behalte ich den Sand. Ich hab dir halt die Sachen rein zum Stucken, wo du gemeint hast. Genau, warte mal. Nimm mal du diese zwei Honig, damit du nicht verseucht wirst. Ich bin verseucht. Aber zwei Honig reichen, oder? Einer macht 5% Infektion. Ich hab Infektion 14. Okay, dann aber mach trotzdem, weil dann brauchst du bloß noch Honig, wenn wir zurück sind. Weil den macht er trotzdem erst einmal runter. Naja, da werde ich wahrscheinlich trotzdem Antibiotika nehmen müssen. Warte mal, ich schau mal hier drin. Es gibt hier einen Honig. Nee, Bier. Kaffee. Kaffee. Oh, Scheiße, Drops. Was sind da? Oh, Scheiße, Drops. Feilschaden. Minus 100%. Wer schluckt sowas? Wer will von irgendwo oben runterhopfen? Du? Eizstoffertrag. Schädelbrecher. Nahkampf. Plus 50%. Oh, den, den nimm ich mal mit. Das möchte ich mal kaufen, das Ding da hier. Für die nächste Horde brauchen wir das. Hast du das Geld? Ja, brauchst du Geld? Nee, ich hab ja 1300 Dingsbums hier. Also, ich hab nur da diesen Schädelbrecher da geholt, diese Tabletten. 80% mehr Schaden für 5 Minuten. Okay. Könnte ja mal hilfreich sein. Stromflächenschaden. Kaffee. Oh, Scheiße, Drops. Fallschaden. Erfolg beim Schlösserknacken. Nee, das kann man alles nicht brauchen. Mein Inventar ist noch immer voll, aber ist okay. Ui. Dann machst du die Tür auf und dann kommen die Nachbarin plötzlich angerannt. Also, ja, ich bin auch voll, ne? Eine Boss-Abstimmung. Wir können jetzt eins machen, da draußen schnell alles in die Kiste rein. Eine Boss-Abstimmung kommt schon wieder. Tourist-Horde, Zufall-Horde, Hausmeister-Horde. Okay, ich schmeiß mal alles in die Kiste rein hier. Ja, mach ich dann auch gleich. Was wir jetzt nicht brauchen. Weil für das nächste Ding, wo wir jetzt hingehen. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt dann erst einmal aufs Dach wieder springen. Wenn hier so eine komische Horde kommt. Äh, C, eine Hausmeister-Horde. Schick dich. Achso, du bist hier. Ja, ich werde auch. Okay, Hausmeister-Horde. Das heißt, ich trinke schon mal einen Kaffee. Ich habe einen Kaffee gesoffen. Gesoffen hat er. Also erst weglaufen, ne? Bevor du zuschlägst, erst einmal weglaufen, bis sie aufgetaucht sind. Nein. Nicht gleich drauf losgehen. Was habe ich denn da unten alles drin? Sprit. Die kann ich auch. Oh Gott. Ja, da sind sie schon schnell. Hilfe, Hilfe. Ja. Oh, und die sind hinter mir aufgetaucht. Darum sag ich ja. Gehe lieber irgendwo. Kann ich da aufs Dach? Hilfe, ich will aufs Dach. Warum gehen die jetzt auf dich los? Ich weiß es nicht. Ich bin doch gerade alles von mir. Ich weiß es nicht. Ich hasse es. Ich versuche drauf zu schießen. Ich habe dir auf jeden Fall ein paar abgenommen. Oh Gott, ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay, jetzt rennt er es zu mir. Warum rennt es jetzt zu dir? Ja, weil ich die alle angeschossen habe. Jetzt gehen sie wieder zu dir. Ja. Bist du am Dach oben? Ich bin hier auf so einem komischen Container-Dingsbums da. Ach, jetzt lädt er wieder nach. Stundenlang. Der versucht über den anderen Container zu mir zu kommen. Da schießen sie nicht alle an, sonst laufen sie wieder zu dir. Ich bin hier oben auf dem Dach. Hast du die eingesperrt irgendwo? Aua, der erwischt dann trotzdem, der Sack. Oh, ich habe keine Patronen mehr. Kannst du mal hier draußen bleiben? Hä, warum sind die hier drin? Wo sind die? Ich weiß es nicht. Die sind innen drin irgendwie. Das ist ja cool. Das passt. Ups, nein. Ich wollte nicht runter. Wo ist der andere? Der ist da drin. Boah, der wischte mich aber schnell. Da ist ein Krabbler, da neben der einen. Okay. Vielleicht, was auch, ich hole mal die Axt raus. Die Axt. Ja, und mach da hinten was frei. Tanzbattle. Ja, danke. Ja, danke. Was macht es denn gerade? Das ist ja frei. Feuer. Ey, die sind ja echt schild, ja, ne? Weil die... Ich brenne hier. Ja, die sind schon richtig fies, ne? Die Dinger. Ja. Weil du brennst halt immer gleich. So, haben wir es jetzt. Oh, fuck. Ah, das ist so gut. Na geht's. Silberklumpen. Wir haben wieder Kohle. Äh, noch mehr Kohle. Ich hab irgendwie glaub... Hab ich das Geld in die... Ich glaub, ich hab das Geld in die Kiste geschmissen. Aber da können wir ja noch mal kurz hinden. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020